Pier Paolo Pasolini war ein italienischer Filmregisseur, Dichter und Publizist. Leben, Kindheit und Jugend Pasolini wurde 1922 als Sohn des Berufsoffiziers Carlo Alberto Pasolini und der Volksschullehrerin Susanna Colossi in Bologna geboren. Prägend wurde für den Jugendlichen das ländliche Städtchen Casa Sadella Delizia, wo seine Großeltern mütterlicherseits lebten. Dort verbrachte er die Schulferien und füllte sich dabei in das friaulische Landleben ein. Die Anfänge seiner schriftstellerischen Bemühungen bereits im Alter von sieben Jahren gehen auf diese Zeit und Umgebung zurück. Es entstand schon früh ein Lyrikband in friaulischer Sprache. Ein in Bologna aufgenommenes Studium der Kunstgeschichte bei Roberto Longhi musste er wegen des Zweiten Weltkrieges aufgeben. Dabei setzte er sich vor allem mit der Malerei der italienischen Renaissance auseinander, speziell mit Masaccio und Pontomo. Diese Studien sollten Pasolinis spätere Filmarbeiten nachhaltig beeinflussen. Während der Kriegsjahre, die er gemeinsam mit seiner Mutter in Casa Sade verbrachte, unterrichtete er als Lehrer die Kinder des Ortes in einem eigens dafür dem großelterlichen Haus angefügten Raum. In dieser Zeit begann Pasolini seine Homosexualität zu entdecken, die er, wie er später berichtete, das erste Mal als Wonnegefühl beim Betrachten der Kniekehlenfußball spielender Jungen spürte. Das Ringen um Beziehungen zu den bäuerlichen Jungen des Ortes wurde ihm bei der allgemeinen Ächtung der Homosexualität gleichermaßen zu Lust und Qual. In Casa Sade erfuhren er und seine Mutter vom Tod seines Bruders Guido am 7. Februar 1945. Er hatte in den Bergen als Angehöriger einer katholischen Partisanengruppe gegen das faschistische Regime sowie gegen die Annektierung des Friauls durch Jugoslawien gekämpft und war bei Auseinandersetzungen mit einer konkurrierenden kommunistischen, mit Tito verbündeten Partisanengruppe getötet worden, beruflicher Werdegang. Nach Kriegsende begann Pier Paolo Pasolini in Casa Sade als Volksschullehrer an einer staatlichen Schule zu unterrichten. Pasolini zeigte ein besonderes pädagogisches Geschick im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. Er schien intuitiv die Themen und Probleme, die die Heranwachsenden bewegten, zu erspüren und verknüpfte dieses Wissen um die persönliche Lebenssituation der Schüler mit schulpädagogischen und didaktischen Zielsetzungen. Seine pädagogischen und didaktischen Methoden waren in besonderer Weise flexibel, variabel und handlungsbezogen. Pasolini nahm auf diese Weise vieles von dem vorweg, was seit den 1970er Jahren als schülerorientierter Unterricht bezeichnet wurde. So gewann er schnell das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen. Sie lernten gerne insbesondere auch diejenigen Heranwachsenden, die zunächst gewisse Lernschwierigkeiten zeigten. Durch diese methodische Vorgehensweise erwarb sich Pasolini im Ort allgemeines Ansehen und Wohlwollen. Gleichzeitig gewann für ihn politisches Engagement immer mehr an Bedeutung. In der Folgezeit schloss er sich der kommunistischen Partei Italiens an. Drei seiner Schüler bezichtigten ihn unsittliche Handlungen. Die Beschuldigungen erwiesen sich als falsch. Das Bekanntwerden und die öffentliche Diskussion seiner Homosexualität führte aber bald dazu, dass er trotz der Solidaritätsbekundungen und Petitionen der örtlichen Bevölkerung aus seinem Lehramt entlassen wurde. Die KPI schloss ihn. Verbunden mit dem Hinweis auf die verderblichen Einflüsse gewisser ideologischer und philosophischer Strömungen der diversen Gied, Satre und anderer dekadenter Poeten und Literaten, die sich als Progressisten gebärden wollen, in Wirklichkeit aber die schändlichsten Seiten der bürgerlichen Verkommenheit auf sich vereinen aus ihren Reihen aus. Da Pasolini ohne seine Lehrerstelle keine ökonomische Lebensgrundlage mehr besaß, ging er 1950 mit seiner Mutter nach Rom. Arbeit als Schriftsteller. Nach anfänglicher Erwerbslosigkeit und mit erheblicher Sorge um den sozialen Statusverlust seiner Mutter gelang es Pasolini, zunächst durch gering vergütete Lehrtätigkeiten und erste freiberufliche schriftstellerische Arbeiten in Rom Fuß zu fassen. Erste Kontakte mit Intellektuellen und Künstlern banden sich an. Daneben fühlte sich Pasolini aber stets auch zum Milieu der römischen Vorstädte hingezogen. Wie zuvor schon in der bäuerlich geprägten Gesellschaft des Friauets, entdeckte er in den Borgate eigenständige kulturelle Traditionen und Wertvorstellungen, die sich von den kleinbürgerlichen Vorstellungen seines eigenen Umfeldes deutlich unterschieden. Für diese einfachen Leute in ihren wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen empfand er eine tiefe Sympathie, unter ihnen fühlte er sich wohl. Er entwickelte ein engagiertes Interesse am Aufzeigen und der Änderung der sozialen Missstände. Sein Roman Debüt Ragazzi di Vita ist denn auch in diesem Milieu angesiedelt. Pasolini verwandte darin eine für das Italien der 50er Jahre ungeheuer realistische, ja radikale Sprache. Eine Art Slang von realistischer Unmittelbarkeit. Mit Ragazzi di Vita schilderte er nicht nur das vitale, raue, teils auch kleinkriminelle Leben der Jugendlichen in den Vorstädten. Er idealisierte und überhöhte dieses Leben auch. Er setzte den Ragazzi di Vita ein Denkmal, zugleich beleuchtete Pasolini die Doppelmoral der italienischen Nachkriegsgesellschaft. Neben Anerkennung trug ihm der Roman auch scharfe Kritik aus Politik, Kirche und Gesellschaft sowie mehrere Gerichtsverfahren ein. Eine Variation der literarisch verarbeiteten sozialkritischen Analysen jugendlicher Lebenswelten in den römischen Vorstädten legte Pasolini mit seinem Roman Una Vita Violenta vor. Mittlerweile verschaffte ihm seine umfangreiche schriftstellerische Tätigkeit. Die auch kontinuierliche Kolumnen für linksgerichtete Zeitungen umfasste, eine schrittweise Besserung seiner finanziellen und materiellen Umstände. Pasolini strebte diese Verbesserung zugleich mit Blick auf seine Mutter und den aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Vater an. Entdeckung des Films In den 1960er Jahren entdeckte Pasolini mehr und mehr den Film als Medium für seine poetischen und sozialkritischen Zielsetzungen. Die angestrebte Zusammenarbeit mit der Filmgesellschaft Federico Fellinis scheiterte an dessen Ablehnung. Mit Akaton, Wer nie sein Brot mit Tränen aß und Mama Roma lieferte Pasolini eine bedeutsame filmische Umsetzung seiner Vorstadtstudien, die ihm zum Teil internationales Lob der Filmkritik einbrachte. In den Filmen setzte er sich besonders mit den Missständen der italienischen Gesellschaft. Mit subtil faschistoiden Strukturen und destruktiven Mechanismen in autoritären Systemen im Allgemeinen sowie mit den Unmöglich-Möglichkeiten zwischenmenschlicher Beziehungen auseinander. Seine Charaktere sind häufig sozial ausgegrenzt und rebellisch. Durch die Sujets, die technische Ausführung und den Einsatz von Laiendarstellern aus dem dargestellten Milieu erscheinen seine frühen Filme als ein Beitrag zum italienischen Neorealismus. Seine Figuren chargieren zwischen Profanität und Transzendentalität bewusst inszeniert Pasolini diesen Zwiespalt. So wird Ettore Garofano, der Hauptdarsteller von Mama Roma, am Ende durch eine wiederholende Montage und raffinierte Lichtführung zum Christus überhöht. In das erste Evangelium Matthäus ist Jesus ein heiliger, aber eben auch eine subproletarische Figur. Mit diesem Film setzt ein langsamer Wandel in Pasolinis filmischen Werk ein. Spätere Filmarbeiten Ab Ende der 60er Jahre behandelt er nicht mehr Geschichten des Subproletariats, sondern auch großbürgerliche und adlige Charaktere. Obwohl Pasolini mehrfach betont, dass er das Bürgertum derart hasse, dass er sich künstlerisch nicht mit ihm befassen wolle, entsteht 1968 der Film Theorema – Geometrie der Liebe über eine bürgerlichen Familie, die nach dem Besuch eines charismatischen Gastes auseinanderbricht. Zudem befasst er sich mit Mythen und Legenden des abendländischen, aber auch des arabischen Kulturraumes. Edipurie – Bett der Gewalt, Media und Trilogie des Lebens bestehend aus De Cameroun Pasolinis tolldreiste Geschichten und erotische Geschichten aus 1001 Nachtpublizistische Tätigkeit In seinem umfangreichen publizistischen Werk analysierte und problematisierte Pia Paolo Pasolini den Niedergang der sozialen und politischen Strukturen und Institutionen, wie er ihn in der italienischen Gesellschaft der 60er und 70er Jahre beobachten konnte. Hauptmerkmal dieses Verfallsprozesses sei das Verschwinden der Kultur des Volkes als Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts und das davon induzierte Fehlen von Werten und Inhalten des menschlichen Zusammenlebens. Auslöser und tragende Kraft dieses Prozesses sei eine neue Form von Faschismus, die anders als der Faschismus der Vorkriegszeit von den Individuen verinnerlicht werde und in der Auslöschung des Andersseins und der kulturellen Differenzen seinen Sinn finde. Seine Erscheinungsformen sind für ihn die konformistische Anpassung an das Entwicklungsmodell des neuen Kapitalismus und das Auftreten des entsprechenden kleinbürgerlichen Menschentypos als einziges nachahmenswertes Modell. Dieser Faschismus sei ein Phänomen, das alle Teile der Gesellschaft durchdringe. Davon ausgespart bleibe weder die 68er-Generation noch das Subproletariat des Landes und der Großstädte. 1972, etwa zwei Jahre nach der Ermordung des italienischen Journalisten Mauro de Mauro, begann Pasolini für sein von ihm unveröffentlicht gebliebenen Enthüllungsroman Petrolio zu recherchieren und zu schreiben. Das Kapitel über den Mord an Enrico Mattei, einem italienischen Spitzenmanager des Erdölkonzerns Eni, wurde ihm später aus seinem Atelier gestohlen. Jahre später tauchte es wieder auf, als der frühere Berlusconi vertraute und Mafia-Angehörige Marcello de Lutri sich öffentlich dazu bekannte, Manuskriptteile von Petrolio gelesen zu haben. Ermordung Pasolinis Am 2. November 1975 wurde Pasolini in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen ermordet. Abends war er mit einem Freund zum Essen verabredet, seine Leiche wurde hingegen am Strand von Ostjahr, nicht weit von Rom entfernt, gefunden. Die kriminalistischen Untersuchungen ergaben, dass Pasolini mehrfach mit seinem eigenen Wagen überfahren wurde, einem Alfa Romeo 2000 GTW Lugge, mit dem er in der Nacht verschwunden war. Der Arte Dokumentation die Akte Pasolini zufolge wurden allerdings keine Reifenspuren an der Leiche festgestellt. Vielmehr wiesen die Verletzungen auf einen stumpfen Metallgegenstand als Waffe hin. Viele Tatortspuren wurden durch unsachgemäße Ermittlungsarbeit vernichtet. 1979 wurde der Stridscher Pinopelosi wegen dieses Mordes zu neun Jahren und sieben Monaten verurteilt. Er gestand die Tat und verbüßte seine Strafe bis 1982. Pasolini wurde im Friaul, auf dem Friedhof von Casa Sadella Delizia, beigesetzt. Der Mord an Pasolini ist bis in die Gegenwart nicht abschließend aufgeklärt. Pelosi sagte 2005 im Widerspruch zu seinem anfänglichen Geständnis, Pasolini auf Anweisung verschiedener, nicht identifizierter Auftraggeber umgebracht zu haben. Pelosi gab an er und seine Familie seien damals mit dem Tode bedroht worden für den Fall, dass er die wahren Auftraggeber bei dem Prozess belaste. Ebenfalls 2005 widerrief Pelosi sein Geständnis gegenüber Journalisten komplett und erklärte, Unbekannte hätten Pasolini getötet. Die Widersprüche in Pelosi's Aussagen, Verwicklungen des italienischen Geheimdienstes in die Arbeit der Ermittlungsbehörden und der fehlende Zusammenhang einiger Beweismittel brachten einige der Freunde Pasolines, darunter die Schauspielerin Laura Berti, zu dem Verdacht, es habe sich um einen Auftragsmord gehandelt. Pasolini war vor seinem Tode mit einer journalistischen Arbeit über die Verwicklungen des italienischen Geheimdienstes in schwere terroristische Anschläge in Italien zum Zwecke der Stärkung des Sicherheitsapparates beschäftigt und äußerte seine Vermutungen auch öffentlich. 1990 bestätigten sich diese Annahmen über einen Staatsterrorismus, der unter dem Begriff der Strategie der Spannung bekannt wurde und in Italien zu einer Staatskrise führte. Bereits 1975 hatte Oriene Falazzi im italienischen Wochenmagazin L'Europo geschrieben. Pasolini sei von einer rechtsradikalen Schläger-Truppe umgebracht worden. Weil Falazzi sich weigerte ihren Zeugen zu nennen, der unter keinen Umständen aussagen wollte, wurde sie 1978 zu vier Monaten Haft verurteilt. Die Strafe erledigte sich später durch Amnestie. Bei der Präsentation einer internationalen Unterschriftenkampagne von 700 Autoren, darunter Andrea Camilleri, Dazia Marini und Bernhard Henry-Levy. Im Juni 2007 forderte der römische Bürgermeister Walter Feltroni, dass die Justiz den Fall neu untersuchen müsse. Rums ehemaliger Kulturdezernent Gianni Borgner wies darauf hin, dass der verurteilte Täter zu häufig seine Angaben geändert habe. Um glaubwürdig zu sein, Pelloses Kleidung habe keine Blutspuren des blutüberströmten Pasolini aufgewiesen. Sergio City, ein 2005 verstorbener enger Freund Pasolinis, hatte 2005 noch erklärt, dass Pasolini sich am Tage seines Todes bemüht habe. Gestohlenes Rohmaterial seines Films Saale oder die 120 Tage von Sodom zurückzubekommen, und er sei durch das Versprechen eines unbekannten Anrufers, das Material dort zurückzuerhalten, nach Ostjar gelockt worden. Die Untersuchungen im Fall Pasolini wurden 2010 tatsächlich wieder aufgenommen. Im März 2015 entschied die zuständige Richterin Maria Agremi, die Akten im Fall Pasolini wieder zu schließen. Da sich aus Sicht des Gerichtes keine belastbaren neuen Beweise ergeben haben. Zwar konnten an den Beweismaterialien DNA-Spuren von mindestens fünf männlichen Personen nachgewiesen werden. Eine Zuordnung zu bestimmten Personen und eine zweifelsfreie zeitliche Einordnung vor oder nach der Tat konnten jedoch nicht erbracht werden. Werke 1962 Der Weichkäse 1963 La Rabia 1963 Ortsbesichtigungen in Palästina 1964 Gastmal der Liebe 1964 Das erste Evangelium Matthäus 1966 Große Vögel Kleine Vögel 1967 Die Erde vom Mond aus gesehen 1967 Edipo Rebett der Gewalt 1968 Was sind die Wolken? 1968 Notizen für einen Film über Indien 1968 Theorema Geometrie der Liebe 1969 Die Geschichte einer Papierblume 1969 Der Schweinestall 1969 1973 Notizen zu einer afrikanischen Orestie 1969 Medea mit der Opernsängerin Maria Kalas in der Hauptrolle 1970 Die Kamerun 1971 Der 12. Dezember Dokumentarfilm 1972 Pasolines Toll Dreiste Geschichten 1974 Erotische Geschichten aus 1001 Nacht 1971 Die Mauern von Senne 1975 Die 120 Tage von Sodom Drehbuch 1955 Flucht in die Dolomiten 1957 Die Nächte der Cabiria 1959 Biffon der Straße 1960 Die Lange Nacht von 43 1960 Bel Antonio 1970 Ostjahr als Schauspieler 1960 Mon Co. in Der Bucklige von Rom 1966 Don Juan in Mögen Sie in Frieden ruhen 1970 Giotto in Die Kamerun 1971 Geoffrey Schauscher in Pasolines Toll Dreiste Geschichten Gedichte Poesie Akazaza 1942 Ipianti 1946 Talcourt Die Unfrut 1953 La Miglio Gervantue 1954 Les Cheneries Die Gramsci 1957 La Signolo De La Cisa Katholica 1958 La Religione Der Millionen Tempo 1961 Poesia Informa Die Rosa 1964 Poesie Dimenticate 1965 Trasumanae Organisar 1971 La Nuova Gervantue 1975 Les Poesies 1975 Poesie Pagine Retrovate 1980 Unter freiem Himmel Ausgewählte Gedichte Übers V. Toni U. Sabine Kienlechner Bagenbach Berlin 1982 Huismi Übers von Peter Kamara Hochrot Verlag Berlin 2009 Kritische und politische Schriften Passione e Ideologia Saggi 1960 Empirismo Eretico 1972 Skritti Corsari 1975 Lettere Lutherane 1976 Ilkaus 1979 Romane und Erzählungen Ragazzi Divita 1955 Una Vita Violenta 1959 Il Sognodi Una Cosa 1962 Alida Gliocchi Azuri 1965 La Divina Mimesis 1975 Theorema 1968 Amado Millionen Priest Duto Dati Impua Postum 1982 Petrolio Romanfragment Postum 1992 Storie Della Citta Didio Postum 1995 Text Bildbände Rom Andere Stadt Geschichten und Gedichte Ausgewählt von Annette Kopetzky Und Theresia Prammer Mit Fotografien von Herbert List Und einem Nachwort von Dorothea Diekmann Corso Hamburg 2010 ISBN 97838626001 Die lange Straße aus Sand aus dem italienischen von Christine Gräbe und Annette Kopetzky mit einem Nachwort von Peter Kammerer Fotos und Tagebuchnotizen einer Reise an der Küste rund um Italien Zweite Auflage Edel Hamburg 2009 ISBN 9783941378360 Theaterstücke und Drehbücher Il Padre Selvagio 1975 Iturkstallfriul 1976 San Paolus 1977 Affabulatione Pielade 1977 Porcilorgia Bestia da Stiele 1979 Zeichnungen und Gemälde Pier Paolo Pasolini Zeichnungen und Gemälde H.G.V. Johannes Reiter Balance Rief S.A. Basel 1982 Pasolini als Thema der Kunst Pasolini war lange mit dem österreichischen Maler und Bildhauer Alfred H.R. Delica befreundet. H.R. Delica hat seine Erschütterung über den Mord an Pasolini in zahlreichen Lithographien, Gemälden und Plastiken verarbeitet. Musikalische Hormagen an Pasolini Der 1995 auf der LP Tilt erschienene Son Pharma in the City von Scott Walker trägt den Untertitel Remember in Pasolini. Der enigmatische Text entstand unter Zuhilfenahme einer Gedichtseile Pasolinis. Das 2007 erschienen Doppelalbum Re. Pasolini des Pianisten Stefano Battaglia ist von Leben und Werk Pasolinis inspiriert. Das Cover zeigt ein Standfoto aus dem Film Das 1. Evangelium Matthäus. Filme über Pasolini. Zu Lebzeiten Pasolinis erschienen Pier Paolo Pasolini. Ein Porträt. Dokumentarfilm. B.E. Deutschland 1970 50 Minuten Regie. Carina Ehret. Interviews. I.V. I.V. O. Barnabo Micheli Produktion Westdeutscher Rundfunk Erste Ausstrahlung 4. Februar 1970 im WDR Filmdaten. Posthum erschienen Das Mitleid ist gestorben. Pier Paolo Pasolini und Italien. Dokumentarfilm. B.E. Deutschland 1977 44 Minuten Buch und Regie. Ebo Demand Produktion Südwestfunk Erste Ausstrahlung 2. Januar 1978 in ARD Filmdaten. Punkt. Pier Paolo Pasolini Annäherung an einen Freibeuter Dokumentarfilm Italien B.E. Deutschland 1985 116 Minuten Buch und Regie. I.V. O. Barnabo Micheli Produktion Antea Coop und Westdeutscher Rundfunk Erste Ausstrahlung im DT. Fernsehen 27. November 1985 im WDR Filmdaten. Fie Motti Pier Paolo Pasolini. Spielfilm Frankreich 2004 105 M.I.N. Regie. Zürich Leggen Antoine Solti Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von Michel Azzama. Punkt. Der sanfte Radikale Pier Paolo Pasolini. Dokumentarfilm Deutschland 2005 45 M.I.N. Buch und Regie. Henneming Burg Bettina Oberhauser Boris von Brauchitsch Produktion 3 Satt Reihe. Kulturzeit Extra Erstsendung 5. November 2005 Inhaltsangabe von 3 Satt. Punkt. Pasolinis letzte Worte. Essay Film USA 2012 58 M.I.N. Buch und Regie. Cathy Lecrain DVD Edition Salzgeber Inhaltsangabe von Edition Salzgeber. Die Akte Pasolini Dokumentarfilm mit Animationen Deutschland 2013 52 M.I.N. Buch und Regie Andreas Pichler Produktion. Gebrüder Beetz Film Produktion. Arte ZDF Reihe Die Kulturakte Erstsendung. 16. Oktober 2013 bei Arte Inhaltsangabe von ARD unter anderem mit Dazia Mareni, Peter Kamara, Guido Calvi. Punkt. Pasolini Passione Roma Dokumentarfilm Italien 54 2013 S10 M.I.N. Buch und Regie Alain Berkala Produktion. Sadiq Productions Cinematic Francaise Arte France Erstsendung. 22. Januar 2014 Inhaltsangabe von ARD unter anderem mit Bernardo Bertolucci, Ninetto Davoli, Laura Betti. Punkt. Pasolini Spielfilm Frankreich Belgien Italien 2014 87 M.I.N. Drehbuch Maurizio Braucci Regie Abel Faara Produktion. Capricci Films Urania Pictures Tarantula Dublin Films Arte France Zinnen mit Willem Dafoe als Pasolini. Punkt. Ausstellungen 15. September 23. Oktober 1994 Pier Paolo Pasolini. Punkt. Mit den Waffen der Poesie Akademie der Künste, Berlin. 17. November 2005 5. Februar 2006 PPP Pier Paolo Pasolini und der Tod. Pinakothek der Moderne, München. 14. Juni 2009 6. September 2009 Pier Paolo Pasolini. Qui Jesu es. Santa Dürrenmatt Neu-Chartel. 11. September 2014 5. Januar 2015 Pasolini Roma. Martin Gropius Bau Berlin. Zuvor im Juni und Juli 2014 war die gleiche Ausstellung im Palaz Odele Esposizioni in Rom zu sehen. Filipius Bau Berlin. 17. 20. 20. 21. 21. 22.